Krebsdiagnosen, Camilla und Prinz William knüpfen enges Band Prinz William, 41, und seine Stiefmutter Königin Camilla, 76, machen aktuell keine leichte Zeit durch. Bereits vor wenigen Monaten war bekannt geworden, dass König Charles III, 75, Krebs hat. Dabei ist er aber nicht der einzige Royal, der aufgrund der Krankheit behandelt werden muss. Erst kürzlich wurde nach zahlreichen Spekulationen verkündet, dass auch seine Schwiegertochter Prinzessin Kate, 42, an Krebs erkrankt ist. Die jüngsten Events haben Prinz William und Königin Camilla offensichtlich einander nähergebracht, äußert sich die ehemalige royale Korrespondentin Jenny Bond gegenüber okay. Und fügt noch hinzu, während der König und die Prinzessin sich erholen, müssen sie sich um die Krone kümmern. Schlechte Zeiten bringen die Menschen oft näher zusammen. Trotz aller Fortschritte in der Krebsbehandlung ist Krebs immer noch eine beängstigende Sache, führt die Expertin weiter aus. Sie sei sich zudem sicher, dass sich Camilla und William in dieser schweren Zeit sicherlich einander anvertrauen, während sie vor der Öffentlichkeit tapfere Minen waren. Als die Queen starb, sprach William davon, dass sie in den glücklichsten Momenten und traurigsten Tagen seines Lebens an seiner Seite gewesen sei. Jetzt teilt Camilla einige dieser Momente mit ihm und das wird ihre Beziehung sicherlich festigen, ist sich Jenny sicher. Während sich Charles am Sonntag zum Ostergottesdienst wieder in die Öffentlichkeit wagte, verbringt Kate die Feiertage mit ihrem Ehemann und ihren Kindern in ihrem Haus in Norfolk und nimmt erst einmal noch keine Termine wahr. Ich weiß, dass Kessrin von all den freundlichen Wünschen und der Unterstützung begeistert ist, hatte Camilla vor wenigen Tagen bei einem Besuch auf einem Bauernmarkt in Schroesbrief verraten, wie das Son berichtet hatte. Ich weiß, dass ich noch keine Umherne war. Danke. Ich weiß, dass einer schönen Tag, wo ich den Tag nicht wundereich konnte, was ich war das Sonntag von Ostergottesdienst haben, Ich habe mich verraten, wie das Sonntag von Ostergottesdienst. Ich habe die Schule, was ich nicht gerade ein paar Jahre, dass ich mich hier in der Zeit verraten, ich werde mich auf einen Korpsen fielen, als ich heute einen Moment und ich hoffe, kommt der." Vielen Dank.